moin leute herzlich willkommen zu einer neuen folge magwarrior 5 clans wir machen weiter ich hab mal so ein bisschen geguckt unter facility barracks können wir halt also in facilities können wir unsere mags aufrüsten ausrüsten in den barracks können wir unser team bearbeiten in social haben wir einfach nur von steam halt die sachen archives ist das was wir halt vorher schon mal so gemacht haben wir können hier zum beispiel in unserer weiber können wir halt hat lauter und ändern indem wir zum beispiel den rechten arm öffnen die medienpolster aussehen gucken was wir haben und können einfach sagen wir packen da jetzt ein i a large laser rein und wir machen noch in i a large laser rein und sind vier ton drüber solche sachen können halt hier drin machen river changes ich würde den gerne behalten so wie er ist zurück wir haben das halte die megbay während der science lab da können wir dann sachen erforschen chassis upgraden und im marketplace wie kann es anders sein kann man sachen kauft verkaufen so aber wir sind jetzt erst mal soweit wir wollen eine neue mission spielen wir gucken wir haben wir denn ja investigation touchdown first assignment is upon your helm of all by last check is accepted all but but child is to be the in herausforderung center stays of being a pirates in i book to come to an end the system's natural resources will soon be under our possession but similar killers will not just sit over this system willingly ja wahrscheinlich nicht nur if they disclosed the number of forces they plan to employ to oppose us assist my shroud kashig as a scouting unit within the gillard planes and a certain the number of forces walasek has for this assignment engagement okay mission type investigation clear desert 150 tonnenkommarad droppen vier quadratkilometer second's bid to take the world of suntander an independent system on the periphery of the inner sphere suntander has been a known free port and a pirate stand since the days of the star league the planet's habitable atmosphere natural resources and centuries of accumulated scrap from ill-gotten gains have ensured that no matter how many times pirate bands are stamped out new residents are all too eager to take their place it's current rulers suntander's killers are led by helmar valasek a self-styled pirate king he has accepted our batch all to fight for control of this world interesting i would not think a freeborn bandit would honor our ways and indeed he has chosen his children plans as our battlefield but is not disclosed his numbers documented dragoon intel estimates the killers have roughly two battalions of mixed armor and battle make assets at their disposal your star has been temporarily assigned to my silver kashik to act as our scouting star for this engagement designation cobalt i look forward to seeing what you are capable of star commander we are honored to be chosen second i will not let you down see that you do not you can showers has ambitions far beyond this one world we shall see that his will is done nach haben wir das noch mal ja machen war ja das hat ich mir gewählich machen also ab zum nächsten loading screen schauen wir mal was dort gibt reaktor online sensors online weapons online all systems reaktor online form on me is anyone getting readings not yet what do you think we have no idea what these fairways are capable of we can edit weapon groups aaah ok das macht man dann über das klicken ja so so grund für das sind vier dropships drei dropships äh drei dropships jaguar actual we have visual of the a.o. no contacts but three dropships at navpoint alpha union class are they active neg no fusion reactor activity move in and investigate but proceed with caution hostiles may be using the ships as cover aber was soll er ja jetzt ab rein da was soll er ja jetzt ab rein da we should be getting some kind of read second scan complete second scan complete nothing of note found still no fusion reactor activity could be heavily shielded scans received heavy shielding confirmed star commander leyla you and shroud star are a go for insertion half jaguar actual inbound now star commander jaden keep scouting ahead we are picking up activity at the marked coordinates investigate and report back it will be done dann gehen wir mal gucken hallo kommst du ach kommt schon echt jetzt hängt er da fest geht ja schon gut los ja ok zumindest kann man mit y immer noch wechseln ok dann gehen wir mal hier hin alle bewegen sich gut ich hätte gerne meine weiber zurück mist links weiber wo bist du jetzt ihn gelatscht alle bewegen sich sehr gut 1 2 3 4 5 laufen wir mal ein bisschen langsamer damit die sich auch wieder formieren können vernünftig nichts E-Elemental? Echt jetzt? Austin. Set up a perimeter. Watch for Hostiles. A-F. Hostiles spotted. Engaging. Auf geht's. Weck? Volle weg. Discon Ground Armor. Nicht wirklich gefährlich. Sky Mode engaged. New target. On the Star Commander's target. Scout. Disengaged. Target. Scouting control eliminated. Must have been Valisex Advanced Guard. Cobalt continue to advance along the waypoints. Sky Mode. Disengaged. Sky Mode engaged. Nehmen wir mal zu die Sache. Ist da irgendwas? Gehen wir mal schnell gucken. Die Viper ist ja zum Glück relativ fix unterwegs. Sky Mode engaged. Sky Mode engaged. Sky Mode engaged. If you have something to die will be terminated. Secure. So many things will be better to die since. Hey what? Na guck mal Stelvage Oh Hey, sorry. Zack, scannen. Noch einer. Ja, ich auch. Da haben wir, da haben wir, da haben wir. Was? Ja, ich habe das. Was? Ja. 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 Ah, okay. Da hat sich die Map geändert. Dann gehen wir hier lang. Alle mir hinterher. Bewegt sich alles, bewegt sich alles. Hotkey, geh, um so schnell zu laufen, wie der langsamste Mächtig laufen kann aus deinem Star. Oh. Okay. Ja. 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 Was? Alle Angriff. Ja. 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 Was war denn da? Noch ein Blackjack. Ja. Let's see. vorbei ich im grunde wohnen mit dem blackjack ich mache einen quatsch Ich habe noch nie gesehen von diesen Mechs. Ich habe mir das Gefühl, dass ich den Honour von den DCMS'n Ich habe den Honour gemacht, um die DCMS'e zu verbreiten. Sie sind auf Ihren Bewerbungen. Auf Ihren Bewerbungen. Auf Ihren Bewerbungen. Auf der Star Commander's Bewerbungen. Oh. Und ein paar Raketen und ein Maschinenraher und noch ein bisschen Laser hinterher und Da ist er weg. Und ein Gefgang. Ah, warte, kommt noch ein paar zu sehen. Ja, natürlich. Ah, der steht mittendrin in euch. Der Turion. Kann man aushalten. Sehr gut. Mehr? Kommt da etwa noch ein Dropship mit vier Mechs, also vier Master Elvage für mich. Das finde ich aber sehr nett. Ein Ruffelman. Das ist ein Ding. Der Turion. Das ist ein Ding. Der Turion. Das heißt, das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist eine Flamme. Ihr schnappt euch den da Star Commander, protect your clan! What? Huh? Mach terminated Ah, ICM Strike lands down Jaguar actual, remaining hostiles are in retreat Where are you going Valasek? We're not done here Sweetheart, I already got what I came for You ain't worth any more of my time Okay Star Commander Jaden You gave those Surats no less than they deserved Secure the Atlantic Zone and sit tight We will have Retribution Sky Mode engaged Sky Mode Ja, that was the erfolgreiche mission War doch ganz gut 60 und noch 200.000 credits Werenskys Uh, der Cheater hat kaum noch beiden Der Cheater hat keinen Den hat es in der Mitte erwischt Ja, 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 ja Was habt ihr mit auch nichts gemacht? Okay, ich sollte vielleicht die Klappe halten Meiner sieht auch nicht viel besser aus, ne? Ja, gut, weiter geht's Pilot Experience, okay Ah, ja Lassen wir einfach mal so Gehen wir mal in die Facilities Ich denke mal wir werden unsere Mechs reparieren müssen, oder? Ah, ja Okay, man hat auch nur eine bestimmte Menge an Mechs Äh An, 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 äh Text Technicians Repair Ach so Ah, ja, ja, okay, jetzt verstehe ich Ja Auto ist ein alt Ah, okay Okay Ich, äh Ich, äh Glaube ich verstehe Zu langsamen Research Können wir hier irgendwie machen Laser Cooldown Kostet 250 Punkte 100 Weapon Components 162 Haben wir einfach mal So Upgrade Selfish Operations Ja Ja Bitte Kann ich nochmal machen? Gar nicht Noch 200 Punkte Upgrade Science Lab Was macht das? Mehr Research Punkte Mehr Research Punkte Machen wir auch einfach nochmal Request Scientists Machen wir auch einfach nochmal Request Scientists Und dazu machen Ich habe im Moment noch keine kumuliert Das heißt Bis dahin In Inhalt von den Fünf 5 Scientists Machen 60 Science Points Oder Research Points Pro Tag Oder Pro Cycle 360 Gehe ich jetzt aus Salvage Ja, okay Jetzt So langsam Was ich ja Kommt das an So mal gucken Was können wir denn hier machen? Ich habe Available 1100 XP Melee Damage Nein Evasion Turning Speed Energy Rage Missile Cooldown Ballistic Cooldown Lernen wir das Confirm Ah ja und das geht Das ist instant Okay Ach der da Elektronik Warfare Lernt Ach der ist auf Level 2 von 5 schon Okay Melee Damage Evasion Kann ich gar nicht Dafür hat er zu wenig Punkte Ah nehmen wir Handling Handling ist nie verkehrt Ezra Darth Energy Range Lernen Naomi darf Kann auch keine Evasion lernen Missile Range Ist auch nie verkehrt Und Mia darf Valistic Range und Velocity Valistic Range und Velocity So, okay Ja, cool Gut Ähm So schön Aber schon wieder Schneiden wir raus Gut Haben wir das Ähm Würde ich einfach mal sagen Machen wir doch eine Mission Komplett Pirate's Bay Santander's Killers Next drop in 5 Cycles Filthy After what that free birth Did to us There will be no half measures We will initiate a frontal assault on this facility And put down any pirates found Cobalt Star I want you to scout the approach to the facility and clear us a path After what we just saw I want you to be on the lookout for any explosives or IEDs on the approach Once a path is clear I need you to find a way to open this outer gate There is likely some form of control tower close by From there I will link up with you and we will bring vengeance down on Valisac's home Star Commander Jaden Is everything clear? Afsacon Good Before you dust off Be sure to visit your Mech Bay Leverage your assigned text to make sure that you repair as much as you can before your next deployment This invasion waits for no one So make the most out of the time you were given Ja, das klingt auch soweit gut Mission type is solved Alles 100% repariert Deploy Oh boy Mal gucken davon Bisschen Alles mal so ein bisschen umbauen Maschinen kann bin ich nicht so der riesen Fan fort Cobalt We gave Valisac's a benefit when we challenged him to a patrol And the rat chose to spit in our face This Desgra action could not go unpunished You will show him and his kind no mercy Clear me a path to his base And together we will purge the pirate filth from this world It will be our honor to do so shroud one Zack Yeah Star Colonel Wimmer You have operational command in my absence Understood my cun The 360 second will not let you down Cobalt is on site advancing on the objective Remember The priority is to clear a path and get that main door open Do not try and do anything stupid Cobalt Use your scanners to find any surprises left by Valisek Disable all you come across You should consider delegating tasks to your starmates If you perform the scans yourself Scanning complete Touch Cool touch Upstairs off range Shhh Shhh Cobalt Killer forces dead ahead of your position Make these freeboards pay for the lives they took on the killer planes Spare No one With pleasure How many more of these things are there? Seems to be the last for now But be sure to scan the terrain periodically Last thing we need is any more surprises Target Destroyed Yes! Eliminated the target Target On your target Scan mode engaged Scan mode Disengaged We have target down We have target down We have target down We have target down Target Target Destroyed Zup Easy peasy Heavy We have target down What am I going to do Flyers Target Destroyed Target Destroyed Destroyed Du Cherub 280m Machine 150m DSRN 270m Skyrad Desengaged Ich sehe gerade, ich habe die Arme da noch drin. Melee Damage wollte ich jetzt eigentlich hier nicht so vom Zaun reißen. Es macht einener Moment. Das war's. Was ist das? Was sind die Schraggler? Keine Chance, was warten für uns hinter der Garten? Hoffentlich nicht mehr Überraschungen. Ich weiß nicht um das, Es. Es ist wohl, dass diese Körner geht. Okay, das war Turret weg. Das ist ja echt andauernd mal wieder mit dem, was haben wir denn da, eine Raut haben wir da, schauen wir mal, wo bleibt ihr? Ja, das ist ja. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ja. Gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Beinchen, zwei Beinchen, tschüss Der ist all weg Zack, 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 zack Gut 77% Mein Mech sieht schon wieder scheiße aus Jumjet, fuel, low 2, 3, 4, 5 Ihr geht alle dorthin Ammo resupplied, das ist ja praktisch So geht jetzt der Keine Ahnung Jetzt rennen sie alle gleich schnell, wo war war Ich glaube mal, was hier auf uns wartet Ich glaube mal, was hier ist ja Ich glaube mal, was hier Was ist das? Das waren deine Beinchen. Au. Komm schon! Sehr gut. Ne, da wollte ich drauf tippen. Zack, Resources. Wir könnten mal gucken, ob wir da nicht vielleicht auch noch erfahren. Zumindest ein bisschen geht es da ja noch weiter. Aber das scheint nicht so zu sein. Also umdrehen. Und auf geht's! Da war nicht mehr viel zu fokussen, aber ist okay. Okay. Where'd you go? Oh. Locate the access code to the gate control tower. Oh, ja. Okay. We are at the gate. Good. Use your scanners and find an access port. Shroud one, no access port present. Okay. There must be a gate control tower somewhere nearby. Likely on higher ground. Look around. See if you can find a way up to that ridge line. Thanks so much to go down. Um이요 to follow to throw it. Okay. Find an a gate control tower. Oh, no, 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 no. falsch das ist aber werden wahrscheinlich nicht Input the codes to breach the gates. Yeah, I'm going to jump the gates. und zack ich will auch einen Timberwolf we see you shroud good move up and clear any mech hangers leave the caves and towers to the elementals wo soll ich denn jetzt hin wie wärs damit sorry wollte ich nicht in den rücken schießen so so scheiße ich hab echt nen mech verloren ich glaub ich hab gerade einen mann amix gekillt woopsie die schraude cobalt we have a hanger opening on the other side of the airfield multiple max and armor being deployed is valisek with them Ja, 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 ist klar. Oh mein Gott, ein Lech weg, meine Halbschrotz. Du Scheiße, der Kid Fox hat ja gar nichts mehr. Oh wei, sehr gut. Critical Damage, ja komisch, wie kann das nur passieren? Zumindest ein bisschen Experience mitgenommen. So, da kann man jetzt aussuchen, wovon man am meisten haben möchte. Na, Components. Hier noch ein paar mehr Waffen Components mit. Ei, ei, ei. Oh, D-Briefing gucken wir uns noch an. Hm. Ich bin ein paar Sekunden, um alle Lieder zu machen. hat jemand nicht mehr ganz so gute launa level 3 new chassis aber das war für heute und ich wünsche euch noch einen schönen tag bis dahin es ihr ihr